Ich bin beim Lager der Ordinator Academy. Machen wir mal was kaputt. Wäre cool, wenn man diese verdammten Masken nicht wiedersehen müsste. Ich tue, was ich kann. Und damit Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Watch Dogs 2. Wir sind bei der nächsten Mission. Ja, wir sollen hier Sachen kaputt machen. Und ich bin immer noch ein bisschen erledigt von der letzten Mission. Also, wer die letzte Folge nicht geguckt hat, da könnt ihr mal richtig sehen, wie man es richtig nicht richtig macht. Ja, also das war schon Failing Skill 2 Millionen oder so. Also, das war schon echt böse. So, wie mache ich denn das jetzt hier? Das ist halt ein Hund. Ich mag das immer nicht, Tieren irgendwie wehtun zu müssen. Hm. Ist ja nicht viele hier unterwegs. tut mir leid war sie ok vor der wort sie aufwacht noch mal die kaputt klappt nicht kann hatten habe ich nicht ich verstehe ich nehme den hier das leichte hoch zu leben also ist ein weg nicht dass das jetzt puff macht bevor ich fertig bin ja genau so sollte das wahrscheinlich gemacht werden die hatten sind ausgerottet ihre ausrüstung jedenfalls du hast die schwänze gekappt aber diese voll transparenz fanatiker werden immer mehr ich suche schon bald nach neuen opfern der zeit wird bereit für sie sein ja genau 9000 follower nur das ist aber mal was machen wir jetzt hauptmission haupt ist wir haben zwei hauptmission sehr interessant wisst ihr worauf ich richtig bock hat andere spieler handen wir hatten jetzt eine runde andere spieler versuchen die letzten spieler haben uns alle gehandelt und kriegst du erstmal die übelste karte zur seite gestellt doch es soll in einem engelschrank rednerock eine hochzeit bei gewohnt haben die polizei untersucht den vorfall bisher wurde niemand verhaftet der ist ganz schön fix unterwegs der gute das auto fährt sich wie scheiße ganz ehrlich nix so ungut dann kann er sich so badass anhören wie er möchte und was war das jetzt du gehörst mir hier dich kriege ich scheiße doppelkühl krieg ich jetzt die punkte dafür bitte ja scheint so ich möchte das bitte nochmal machen ziel wird gesucht spieler gefunden verbindung wird hergestellt ich brauche halt erstmal ein auto um da hinzukommen die sind alle so langsam so so wie sie ist manchmal mit meinen autos auch immer hier los sandstorm oder was so ich war zu langsam ihr habt wahrscheinlich das richtige auto um hier hochzufahren ne wie er glückert blum 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 das war ja keine erfolgreiche kopfgeld die oder ja ich möchte bitte noch eine haben ah ist das auto ja schon ne ach jetzt werden wir geportet ok Los, Ladezeit. Oh, ich lerne es auch nicht, ne? Jetzt haut der ab! Der kann es ihn verdenken. Ich bin wieder durch den Baum gefahren. Nicht wegfahren, bleib hier! Also, falls ihr das noch nicht gesehen habt, ich habe uns mehr Botnet-Aufladung verpasst und ich habe auch das mit dem Helikopter geskillt, ja, dass wir den loswerden können. Au! Boah, was dem alles hinterher fährt! Zielperson entkommt, ja, ich weiß. Ich bin dran. Ich hab dich, ne? Ich hab dich! Wie sie ihm alle hinterherjagen, jawohl! Das ist aber übelst lustig, die Leute zu jagen, wa? Das wird jetzt eine Folge andere Spieler handen, ja? Muss auch mal sein. Ich mach das jetzt nochmal, das ist super lustig. Oh, schönes Auto haste. Danke. Das Auto hat grad ein bisschen um Grip geschrien, das hat's nicht auf die Kette gekriegt. Er versucht zu Fuß zu entkommen, oder was? Oh mein Gott! Er rennt hier mit der Sniper rum. Ich glaube auch, ich brauche langsam wirklich mal eine bessere Waffe. Hat er sich in den Bunker verzogen, oder was? Das hat ja super funktioniert. Der ist einfach abgehauen! Ja, ich möchte bitte noch einen Kopfgeldjagd haben. Die Verbindung wird hergestellt. Das ist sehr nett. Wo ist denn da? Ach da! 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 Was habt ihr gegen mich, wenn ich ne Waffe in der Hand hab? Ich will euch helfen, hallo? Ich hab ihn gekriegt! Ich hab ihn gekriegt! Ich hab ihn gekriegt! Jaaa, nochmal! Zu langsam! Oh! Ich hab ihn aus zusätzlichen Regionen gewählt! Uh! Es gibt keine bösen Spieler mehr! Alle Regionen! Es gibt keine bösen Spieler im Augenblick! Doch! Da ist einer! Alter Ferrari, oder was? Du kriegst halt auch zum Glück immer die übelsten Karten zur Verfügung gestellt, um das zu schaffen hier. Oh! 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 Halt die Schnauzer! Danke! Was ist denn hier? Edel Club, oder was? Na ja, das hab ich jetzt ein bisschen verfehlt. Komm, wir nicht mehr hinterher. Das hat ja super funktioniert, würde ich sagen. Das hat ja richtig super funktioniert. Also schick ist das Spiel ja schon, kannst ja echt nichts sagen. So. So, einmal versuchen wir's noch. Einmal noch. Was ist mit deinem Handy los? Weiß nicht zusammen. Es ist nur ein Bild. So. Wie, doch! Dach! Ein! Hängt da oben auf dem Dach rum, oder was? Wie geht denn das? Wie ist denn der da hochgekommen? Oh, fuck! Ich hab keine Ahnung, wie der da hochgekommen ist, ne? Ah, da ist der Aufzug, alles klar. Dass du sowieso… Ich bin jetzt auf dem Dach bar åt. Oh, ich bin da. Also nicht so, wenn man unter irgendwo favour der theycke hat. Auf dass du Enterst colleg. wakingningar auf dieser Weg neben dir. Da Nie wahrscheinlich, lieber von salaat, Und wieder? David? observersviren, Untertitelung des ZDF, 2020